gesundes neues jahr wünsche ich ich hoffe ihr seid gut reingekommen ich selber sitze gerade hier haben 24 in der nacht vom 24 zum 25 und machen vielleicht jetzt noch ein kleines weihnachtsgeschenk wie ihr seht ich habe sie alle oder fast alle ja sowas außer den da aber ich habe ein bisschen gesammelt aber ich habe ja gesammelt und 36 nach dem flammenbooster gesammelt aus den boxen aus boxen generell was so glück zu zweit wenn man da war ein dreier booster ist dabei ein dreier blister und ob ich alle alle auf einmal mache ich nicht aber ich nehme mir einfach hier sechs raus machen wir einfach sechs mal sechs da hat mir so lange weil ich ja auch nicht schneide weil es nicht kann und jetzt ist er da runterflogen so haben wir hier 1 2 3 4 5 6 einfach welche gezogen fangen wir an vielleicht haben wir ja glück ich hoffe ihr seid gut reingekommen und habt einen gesunden neuen start erwischt ihr das für euch und energie ich habe gesehen der soll was wird sein zappler ich kenne die karten nicht ich bin schritt und schild sammler alona volnova aber karei was serapendra der dünnel aber vielleicht habe ich ja glück und kann damit man hat vielleicht eine money card und kann vielleicht so was ich nicht möchte weggeben und mir dann neue der booster holen also die normalen gx karten die interessiert mich weniger energie führer und 2 da war ein scharf ja ich das nicht richtig grittig da sagt kommt was talk de was toge de maro die reislaus melzi carapador glibunkel pikachu reverse schön die wollte ich auch und habe gesagt das sind aus dem neuesten aus diesen boxen wo flammende finstern ist mit drin aber da ist hier oben könnt ihr gerne gucken flammende finstern ist was ich daraus gezogen habe das war die andere hälfte aus dem bus dann energie ein glutex so es ein kleiner mini nur fehlende spree die dresi velosi bambuli zappler die mirabla was mirabla mirabla das zürrlicht lasso king in reverse und lammelux bis jetzt ich glaube ich muss wieder meckern das war ja noch nichts das sind die halt aus den timboxen die sind nicht so der bringer oder habt ihr andere erfahrungen was man wird scharf hier kann ja so jetzt was ich gesehen hat habt ihr andere erfahrungen in den aus den timboxen schon wieder eine energie mann davon haben wir echt viele drinnen wohin genau den kenne ich noch von früher simon nicht fragen auch nicht das pikachu und raus ja was fm fm dangella rihon wohl rock in reverse und zwei haben wir noch und wir haben schon wieder eine energie mann davon habe ich viele ein rolle ein simon luna stein Porygon Caradones Oh Karate Spiel Oh, Karate, okay Nurapla Glomanda Weck da Maril Oh, ein Seemon in Reverse Und ein Garua GX Wie sagt ihr immer? Französische Stadt Scharf wird es nicht hier Und Spiegel tut es auch Egal, einpacken Eine, die ich Anbieten werde E-Bail Kleinanzeigen Mal gucken Vielleicht gibt es noch ein paar Sommelern Die sie brauchen Vielleicht auch nicht Schön wäre es Aber wir haben einen Head Vielleicht seid ihr so nett und Nehmt sich alle gleich auf einmal Alle kurz Gebt ihr noch jemand anderen ab Energie Safcon So, Fäcker So, Safcon Fleißiges Staffelholz Lola Vangela Zappladin Krabox Iskala Äh, Ladybar Aha Ladybar Zwerf Finst In Reverse Und Toxiquack Tudun Na aber Das ist schön Gardewa GX Und Die hier Wird auch in meine Private Sommelung kommen Und Die hier Die werde ich auch los Erstmal Dankeschön fürs Zusehen Teil 2 Von 6 Wird bald kommen Bis dann